In diesem Video klären wir, was ein KVM-Switch ist. Ich gehe dann auf einen KVM-Switch für 4K-Monitor näher ein und ich erzähle euch auch, was mir daran gut und was mir daran schlecht gefallen hat. Los geht's nach dem Intro. Ein KVM-Switch bedeutet ausgeschrieben Keyboard, Video, Maus. Und damit ist auch fast schon alles gesagt, denn das ist nämlich die Aufgabe eines KVM-Switchs, Keyboard, Video und Maus entsprechend umzuschalten. Was heißt das in der Praxis? Ich kann also an einen Monitor und ein Tastatur-Maus-Set zwei verschiedene PCs anschließen und dann mit einem Knopfdruck zwischen dem einen und dem anderen PC hin und her schalten. Sobald ich diesen Schalter betätige, werden die Eingaben, die ich bei Tastatur und Maus tätige, an den entsprechenden PC weitergeleitet, der vom KVM-Switch gerade für aktiv erklärt wurde. Zusätzlich sehe ich natürlich genau das Videosignal auf meinem Monitor, das von dem aktiven PC kommt. Das ist also eine sehr praktische Sache, wenn ich mehr als einen PC im Einsatz habe. Den Switch, den ich mir gekauft habe, schimpft sich auf den Namen Chitec KVM-Switch für DisplayPort. DisplayPort ist die Anschlusstechnik meines Monitors. Natürlich hätte ich auch ein Modell für HDMI nehmen können, aber DisplayPort hat mir hier einfach besser gefallen. In der Produktbeschreibung sieht man, dass hier auch 4K unterstützt wird bei 60 Hertz. Das ist im Prinzip genau das, was ich brauche und deshalb habe ich mich für diesen Switch entschieden und wenn ich ehrlich bin, auch wegen dem Preis, denn der kostet um die 50 Euro und das ist schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Bei dem Preis hat mich dann die doch ganz solide Verarbeitungsqualität doch ein bisschen gewundert, hätte ich mir fast schlechter vorgestellt. Ein bisschen eigenwillig ist dafür die Verkabelung. Zum Beispiel wird er nicht über ein Micro USB oder USB-C mit Strom versorgt. Das Stromkabel selbst ist zwar ein USB-Kabel auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er aber so einen runden Stecker, wie man im Video sehen kann. Das finde ich ein bisschen schade, hätte man hier Standardkabel wie Micro USB oder USB-C genommen, wäre das einfacher austauschbar gewesen, zum Beispiel wenn es kaputt geht. Auch ein bisschen eigenwillig ist die USB-Verkabelung, denn am Ende hängen hieran noch Klinkelstecker für Mikrofon- und Lautsprecherausgänge. Warum eigenwillig? Naja, weil am anderen Ende eben nur ein USB-Kabel ist und nicht auch nochmal die Klinkenstecker. Das bedeutet, das Audiosignal wird hier irgendwie über diesen USB-Stecker geführt. Habe ich so auch noch nie gesehen, ich weiß nicht, ob die sich da an den Standards vorbeigearbeitet haben. Allerdings würde das halt bedeuten, dass man diese Kabel halt auch nicht austauschen kann, gegen irgendwelche Standardkabel. Gut, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, weil das Paket kommt natürlich erstmal so und funktioniert ja auch so. Die Kabel sind ausreichend lang, da gibt es also nichts zu meckern. Das Hin- und Herschalten hat auch völlig problemlos funktioniert, auch da hatte ich keine Schmerzen und kann überhaupt nichts Negatives dazu sagen. Dass ich jetzt am Bildsignal was verändert hätte, kann ich auch nicht so wirklich sagen. Wäre jetzt für mich aber ohnehin nicht so relevant, da ich den Monitor im Low-Blue-Light-Modus betreibe und die Farben dort ohnehin ein bisschen verfälschter sind. Die Bewertungen auf Amazon von dem Teil, die waren etwas durchwachsen, deshalb hatte ich ein mulmiges Gefühl, gerade bei dem günstigen Preis, kann mich jetzt aber auf meinem Ultra-Wide-Monitor überhaupt nicht beschweren. Das funktioniert also alles tadellos. Ich hatte vorher schon einen KVM-Switch und kann jetzt keine Verbesserung oder Verschlechterung zu diesem Gerät sehen. Den KVM-Switch, den ich vorher hatte, der war natürlich nicht für 4K ausgelegt, sondern nur für Full HD. Dann bleibt mir nur noch Danke fürs Zuschauen zu sagen und falls du einen KVM-Switch brauchst, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt.